Janik Brüschweiler, es war ein Hin und Her und vor allem am 3.3.2 hast du plötzlich auch in die End gebrochen. Könntest du das erklären, dass dem 3.3.2, was siehst du, plötzlich noch so viele Gals gefallen sind? Ja, ich denke, es hat schon über den ganzen Match viele Chancen gegeben auf beide Seiten. Es sind einfach nicht innen, es hat wenig Power Plays gegeben. Ich denke, beide Teams waren recht frisch, jetzt aus der Nazi-Pause. Ja, manchmal gibt es Lucky Bounces und jetzt ist es auf unsere Seite gefallen. Lucky Bounce war das erste Go-For-Saison für euch, für eine Stürmer durchaus wichtig. Was macht das hier einfach mental? Man hat es gesehen, dass der Monkey vom Rücken genommen hat. Ja, es nimmt einem schon die Last. Man versucht natürlich nicht gross darüber nachzudenken, aber es steht trotzdem im Hinterkopf. Schön, dass es jetzt mal reingekalt ist. Merci vielmals. Danke.